Hallo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2012. Wir sind jetzt in Kanada. Durchschnittspazierung ist Platz 11. Ja, wir waren einmal 10. einmal 9. Ich glaube einmal 11. und dann noch 12. und 14. oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kanada. Weiß ich nicht, ob wir da Chancen haben. Wird auf jeden Fall sehr spannend, weil natürlich der Cater eben kein super schnelles Auto ist. Ob es das auf der Geraden. Wir wählen hier über 5 Runden die Zeitvorgabe mit vollem Tank. Stil und FE annehmen. Ach scheiße, ich hätte mal ein Setup. Fuck. Ja, zurück zur Garage. Regnen tut es noch nicht. Wir haben noch nicht alle gewünschten Informationen. Die Session dauert aber noch. Wir brauchen ein paar konstante Runden, damit wir die Performanceausgangsdaten für das Auto bekommen. Okay, alles klar. Kein Ding. Also eigentlich soll es ja regnen. Hier im Training. Wow. Okay, ich sollte da ein bisschen langsamer langfahren. So. Dann schauen wir mal, was es so geht. In Kanada. Wo auch super soft gefahren wird. Und ich glaube es ist soft. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das Auto sich irgendwie so komisch fährt. Warum? Warte mal. Warte mal, dass es sich jetzt wieder normal fährt. Dein Speed ist gut. Mach doch weiter. Ja, jetzt bin ich noch der erste Einzige da draußen. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir hier in Kanada wieder Punkte holen können. Wie hier in Monaco, wo es ein unglaubliches Rennen war. Weil ich würde hier nicht so gern von 24 starten, wenn ich ehrlich bin. Aber Kanada ist natürlich eine Strecke, da wird es noch schwieriger Punkte zollen, weil hier überholen wieder sehr, sehr einfach ist. Oder sehr, sehr gut möglich ist. Einfaches überholen nie. Obwohl mit der S schon, aber naja. Und deswegen denke ich, haben wir hier auch wahrscheinlich im Rennen dann fast keine Chance. Wenn wir da hinten mit uns mit der S ankommen, dann hat sich das dann auch. Weil wir auch kaum Top Speed haben. Ich meine jetzt mit der S haben wir 318 gehabt gerade. Die letztlichste Steine muss ich nochmal ein bisschen besser kriegen. 1,21 fahren wir. 1,21 fahren wir. Jetzt weiß ich ja, warum das Auto sich so komisch anfühlt. Das ist voller Tank. Einfach mal für 76 Runden. Jetzt weiß ich, warum sich das so schwerfällig anfühlt. Natürlich dann mal aber richtig voll. Man hat hier auch keine Chance irgendwie da an Bestzeiten ranzukommen. Ich wundere mich schon nämlich die ganze Zeit, warum sich das Auto so komisch anfühlt. Aber gut, wenn man für 76 Runden noch mehr Sprit drin hat, dann fühlt sich das Auto auch mal so an. Weil das haben wir ja nicht mal bei den Rennen, weil da ist ja weniger drin. Wenn wir da ja nur äh, ich glaube 25 oder 30 Prozent, ich weiß es gar nicht. Fahren. Na ja, drei Sekunden sind wir hinter der Bestzeit, aber das liegt natürlich an dem vollen Tank. Da haben wir ja null Chance mit. Ist nur interessant, wie die Reifen verschleißen dabei, aber das sieht noch sehr gut aus. Deswegen passt das hier auch mit den Bremspunkten noch gar nicht. Sehr logisch. Mehr Masse braucht länger zum Stehen. Man kennt das bei Zügen. Richtig große Masse, deswegen brauchen die auch richtig lange zum Stehen. Außerdem ist die Reibungszahl sehr niedrig. Aber egal, das ist Physik und es gehört hier nicht unbedingt ins als Player Kanada. Kannst du Kanada sagen? Eine sehr, sehr schöne Strecke, die eigentlich auch ziemlich cool ist, ziemlich viel Spaß macht. Noch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, eine von wenigen im Formel 1 Kalender. Und ja, also hier ist es immer spannend, auch dass es auch jetzt mal gerne regnet. Ich erinnere nur an 2011, wo es hier dieses legendäre Regenrennen gab, was das längste Rennen der Formel 1 Geschichte war, weil Pause und so. Das war zum Beispiel legendär. Was gab es hier noch für legendäre Rennen? Ich glaube, hier war auch das, hier war Louis Hamilton's erster Sieg. Meine ich. Hier war das erste Mal, dass glaube ich, dass zwei Brüder auf 1 und 2 waren oder auch jedenfalls auf dem Podest standen. Auf 1 und 2 glaube ich sogar. Damals natürlich Schumacher und Ralf Schumacher, also die beiden Schumachers Brüder auf 1 und 2, glaube ich, gab es vorher noch nicht. Bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, also nicht ganz glauben. Bevor er das irgendwie mal zählt, noch mal googeln. Und hier gibt es natürlich die Wall of Champions, die hier 99 geboren wurde, als da alle Champions sozusagen ihre Autos reingesetzt haben. Angefangen mit Riccardo Sonder, F3000 Champion, Schumacher. In Villeneuve hat das Auto auch da reingesetzt. Dann gab es hier natürlich 97 noch den heftigen Unfall von Parnis, wo der sich beide Beine gebrochen hat. Hier gleich an dieser Stelle, also hier. Ja, also Kanada hat einiges an Tradition auch. Ist auch eine schöne Strecke, die auch Spaß macht, die vielen Fahrern auch gefällt, auch schönes Umfeld hat. Oh, komm mal ein. Er ist hinter uns so schneller als wir. Na ja, für uns jetzt ja noch haben wir den Volltanktest. Den haben wir, glaube ich, gleich beendet. Dann fahren wir durch. Ach, das ist Alonso. Ich dachte jetzt, Kobalein fährt durch. Dann fahren wir aus der Masse. Dann fahren wir durch, Kobalein. Fahr durch, Teamkollege. Zum Angry Birds Helm. Na ja, so rauszusteigen können wir eigentlich haben wir das mithalten, aber jetzt haben wir das schwerere Auto. Und das, obwohl ich einen vollen Tank habe und er wahrscheinlich mit so 10 Runden Spritfährt und ich 76 Runden drin habe. Na ja. Oh Mann, Heiki, du machst mir gerade ein bisschen hier meinen Test kaputt. Mach mal bitte ein bisschen schneller, Heiki. Wir sind schneller als Glock, immerhin. Nicht mehr in der Formel 1 ist leider, was mir sehr missfällt, weil ich den eigentlich mochte so. Wobei ich auch gedacht, das ist also eigentlich ein guter Fahrer. Fällt mir auch Wunder, was er nicht mehr fährt. So, Button ist jetzt hinter uns. Der momentan noch 1 ist. Der fährt uns natürlich deutlich zu langsam. Hier der Kobayashi. Auch bei Jan Weber. Na, Montreal ist ja... Montreal, ne? Französisch. Glaube ich. Also ist eine französische Stadt in Kanada, die während der Kolonialzeit und so wurde hier ja gebaut. Es ist übrigens keine reine Renn... Doch, es ist eine reine Rennstrecke. Obwohl man das manchmal gar nicht denken mag, so, ne? Weil hier die Mauer doch ziemlich nah am Rand sind und so. Aber es ist wirklich eine reine Rennstrecke. Und ja, das ist ein sehr interessanter Fakt, was viele gar nicht wissen. Na, da haben wir jetzt natürlich... Ach, cool. 97% angeblich. Wir nehmen eben die härtere Mischung und... Ne, ich hab keinen Bock noch rauszufahren. Wir springen direkt zum Qualifying. Oh, da bin ich erstmal ziemlich doll geschittet. Gut, da war jetzt mal letzter, aber... Auch jetzt ist es bewölkt, aber das sollte trotzdem gehen. Wäre der 14. oder besser. Weil ich hier eine Mischung auf jeden Fall... Das ist natürlich... Das ist natürlich schön. Wenn sich der Abtrieb erhöht, ist immer gut. Aber jetzt auch mal, das war kein Monaco Qualifying erleben. Das wollen wir ja nicht. Wir sind natürlich jetzt noch nie mit so wenig Sprit gefahren. Und auf Fett. Okay, da kann man hier auf jeden Fall deutlich später bremsen. Na, lasst uns mal auf eine schnelle Runde gehen. In Montreal. Na ja, die Chorus möchte ich ja ein bisschen tricky. Muss man doch schon sehen. Denken wir manchmal gar nicht. Aber auch die hier. Weil du siehst nicht genau, wo du einlenkst. Wohin du einlenkst. Davor ist nämlich die Mauer. Aber das ist ja schon manchmal ein bisschen ein Blindflug. Das hier ist fast dann noch die einfachste Kurve. Auch hier kannst du allerdings viel zu viel Curbs mitnehmen. Und dann hast du auch verkackt. Früher waren hier noch deutlich höher die Curbs. Das waren sie überall. Und dann kommt die Kurve, die fast... Die so die Mutkurve ist. Und hier fährt wirklich der... Am meisten Mut hat. Am schnellsten durch. Na, das war der Hückenberg. Weil man uns ein bisschen behindert hat. Natürlich die Haarnadel. Da kommt es dann wieder aufs Auto an, welches du hast. Wie du die fahren kannst. Da ist ja mal der Asphalt ziemlich gebrückelt. Wir hatten hier auch mal ziemlich Asphaltprobleme in Montreal. Ich glaube, deswegen gab es ja auch mal ein Jahr Pause. Dass man hier nicht gefahren ist. Bin mir gar nicht ganz sicher. Wir haben jetzt hier die lange, lange, gerade. Wo dann am Ende die Schikane mit der wahrscheinlich berühmtesten Wand der Welt kommt. Und dann ist auch schon eine Runde im Montreal zu Ende. Die relativ schnelle ist 1.17.2. Sollte doch für den nächsten Durchgang genügen, oder? Jetzt kam noch keiner ran. Jetzt haben wir langsam nach hinten verschoben. Aber plötzlich ist immer noch gut. Am meisten hier vorne fahren es wahrscheinlich alle noch auf hart. Auch ein paar hinter uns wahrscheinlich noch. Sozusagen wie Schumacher fahren alle noch auf hart. Akiolo wird noch nicht rausfallen. Und das war's dann. Q2 schon mal reicht. Ja, so selbst Kobayashi wird auf hart und dann nix. Die waren natürlich schon noch weich. Das heißt... Können wir natürlich nochmal mit der fahren. Dann fahren wir einfach zwei Runs, falls der erste Run nicht so gut wird. Weil die haben noch 94% in der Nacht. Vielleicht für den letzten nochmal, wenn wir reinkommen sollten. Frische Weifen oder fürs Rennen. Falls wir... Ja. Egal. Und wir haben jetzt nochmal den angefahrenen Satz. Der vielleicht auch dadurch schneller auf Temperatur kommt. Was vielleicht gar nicht mal so unvorteilhaft ist. Natürlich 80 Zusatz PS. Und dann geht's los. Um erstmal alles einstellen, was ich vergessen hab, jetzt vor der Runde einzustellen. Kannst du jetzt hier lang. Sehr schön zu fahren, muss man sagen. Macht auch Spaß hier zu fahren. Ich merke gerade, glaube ich hab vergessen. Es ist schon 15 Uhr. Ich weiß es gerade gar nicht, wie spät es ist. Ach, ich hab noch Zeit. Okay. Weil ich muss jetzt mal langsam den Assassin's Creed Part und den Rumble 1 Part mal bearbeiten, dass die auch vernünftige Namen haben. Werden mich gleich freigestellt. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Qualifying. Können wir in den Q3 kommen? Sogar vielleicht mit diesem Satz Reifen hier. Das wäre ja... Schie unglaublich. Satz 14 ist das Ziel, aber für mich ist das Ziel, in die Top 10 zu fahren. Und das können wir sogar mit dem Auto schaffen, weil es sich jetzt doch gut verbessert hat. Hat mir Monaco sehr gut gefallen. Das Auto, das hätte da auch für eine gute Position gereicht, hätten wir es im Qualifying nicht weggeschmissen. 1,17,4. 1,17,4 ist zu wenig, würde ich sagen. Wahrscheinlich für den nächsten Durchgang. Okay, damit hat sich das dann auch mit dem Reifensatz erledigt. Wir haben mal gerade ein bisschen gefickt. Du wirst jetzt einmal durchgereicht. Na, ich sag's ja. Platt 17. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Nein. Wir warten nicht, bis es leerer wird. Wir fahren jetzt. Oh, jetzt sind sie hier alle. Du musst dich mindestens auf Platz 10 verbessern. Sonst findet Q3 ohne dich statt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja sowieso von 14 müssen wir mindestens starten, damit unser Team immerhin zufrieden ist. So, jetzt Keras, DAS. Mal jetzt mit einem ganz frischen Setz nochmal das Ganze versuchen. Alle fahrerischen Fähigkeiten müssen jetzt auf die Strecke gebracht werden. Hier sind wir ganz gut durchgekommen. Der erste Sektor war okay. Da haben wir uns nochmal am 15. verbessert. Und damit auf einem guten Kurs. Ich weiß gar nicht, was der Kobayashi jetzt insgesamt gefahren ist. Wir haben jetzt gar nicht drauf geachtet, was wir überhaupt fahren müssen. Ah, da können wir spätestens das DAS eröffnen und aufs Keras nochmal kurz drücken. Quer gestanden, das kostet natürlich Zeit, aber wir sind noch 16. vor der Kobayashi-Zeit. Und haben eigentlich im Mittelsektor nichts verloren. Der fünfte Gang ist lang übersetzt. Der sechste auch. Der siebte sehr, sehr lang übersetzt. Ah, die letzte Schikane war gut. Ein 17-0 sollte möglich sein. Ein 16 sogar. Wir sind aber mal sowas von drin. Aber mal sowas von drin. Da muss ich sogar meine Stimme heben. So sind wir drin. Ja, sechster. Als sechster ein Q3. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Das ist natürlich die Frage, fahren wir in der Runde? Machen die Reifen kaputt? Aber die verlieren nicht viel. 94, das sind 6% die sie verlieren. Und wir probieren es einfach. 94%, das ist noch vollkommen okay. Morgen für den Rennstart. Vielleicht starten wir ja mal nicht von Platz 10, sondern vielleicht besser. Ich weiß gar nicht, ob Platz 10 unsere beste Startplatzierung war. Ich glaube schon. Dann können wir hier wieder in die Punkte fahren. Das wird ein interessantes Rennen. Und los geht's. Jetzt geht es um die Startplatzierung. Können wir vielleicht so echt Platz 6 wiederholen. Aus Q2. Das werden wir ja gleich wissen. In weniger als einer Minute. Erstes Lektor war gut. Und dann verbremse ich mich. Das kostet viel Zeit. Da habe ich bestimmt eine Zehnte bis zwei Zehnte liegen lassen. Das war überhaupt nicht gut. Da geht es ganz gut durch. Der Mittelsektor war dafür fast perfekt. Bis auf den kleinen Fehler nach dem Anfang des Mittelsektors. Ah, die haben halt auch gut erwischt. Jetzt geht es nur noch darum, die letzte Schikane. Die letzte Schikane noch vernünftig zu erwischen. Dort das Auto perfekt durchzukriegen. Und dann, dann kann das eine gute Runde werden, die vielleicht auch so für Platz 8, 9 reicht. Wenn wir nicht von 10 starten müssen. Ah, da war ein bisschen hart den ersten Körb. Dadurch quergestanden. Konnte nicht gleich wieder aufs Gas. Trotzdem 1.16.3 stark, würde ich sagen. Okay, müssen die auch erstmal fahren. Ja, wir sind momentan 6 da. Werden wir noch durchgereicht. Wir haben leider keine frischen Reifen mehr, um noch einen Satz zu fahren. 7. Ja, aber ich glaube, das wird der siebte. Und das ist der siebte Platz. Das ist, glaube ich, die beste Qualifying-Platzierung unserer Karriere. Ja, wir sehen uns gleich beim Rennen wieder.